So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Info-Video. Ja, und zwar geht es um ein nächstes Projekt, das wie ihr hier wahrscheinlich schon sehen könnt, Space Engineers ist. Ja, allerdings habt ihr jetzt die Chance, damit das Projekt früher startet. Und zwar läuft jetzt Call of Juarez Geinslinger noch bis ungefähr den 22. August. So, und ja, wenn, und ja, wie es jetzt aussieht, wird es dann am 23., ich glaube es war das, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, dann Space Engineers starten. So, allerdings, wenn ich auf das Video hier drei Likes kriege, das ist für meine Verhältnisse auf jeden Fall viel, man konnte sich jetzt als erstes mal denken, nö, was, was, was ist da los, drei Likes. Wenn ich jetzt drei Likes bekomme, dann werde ich Space Engineers ab dem Tag starten, ab dem ich die drei Likes geschafft habe und dann parallel noch zu Call of Juarez ganz länger laufen lasst. Ja, also dann, ja, liked, wenn ihr Bock habt auf Space Engineers, wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, hoffe es hat euch gefallen, bis dann und tschö. Ja.